e Moin Moin und Servus und Herzlich Willkommen hier bei Tschutbur, ne, hier auf der Oltenheim, ich sag's jetzt noch mal, ja Oltenheim, ich sag's immer am Anfang des Videos wie die Map heißt also frag mich doch nicht immer, Junge, wir heißen die Map also Oltenheim, ne, man muss das Video auch angucken und nicht einfach nur schreiben oder die Bildchen angucken, ne, guck mal, tschüss, ein Vogel hier also hier, immer so jetzt, Video angucken und dann äh, sich beschweren tun, nur hat ja nicht gesagt, dass es die Oltenheim ist, ja so, ich war ja hier, das ist ja hier, ne, ich hab ja hier noch ein bisschen, ich hab ja hier, ne, warum nicht, ne, 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 ne ähm, also ähm, da hinten, ganz weit hinten, hab ich noch ein paar Berge hinter gemacht man sieht zwar nur die Umrisse, aber es sind eigentlich schon texturierte Berge äh, irgendwo sollte man eigentlich noch hier warum ruckelt der, so hast du Schwankung oder oder was, hast du Angst oder äh, wo ist denn Schegülle, wo geht äh, wir müssen zuerst mal hier das Zeug wegwaren ich habe extra alles vorbereitet weil ich hab hier auf der Oltenheim, gibt es hier dann auch noch ein bisschen, äh, hier eine äh, neue Version, ne, für euch äh, hab ich ja eingebaut wir sehen nachher, wenn wir fahren mit der Traktore zu dieser Orte äh, ja, ruckelt ein bisschen, aber da mach ich nix, äh, so wenn hier nix so geht, ne, wie jetzt an meine Beispiele bleibt es enthalten, bleibt nicht mehr stehen so ein Wichser also, soll da mal stehen bleiben, wie vorhin grad, kann man die Delete-Taste drücken, also der Letter, ne drücken, dann steigert der direkt ein so, warum die Oltenheim, ähm, weil es momentan einmal meine Lieblings-Map ist, ne, kann ich jetzt nix machen und die Minimap, ähm, ja, passt momentan nicht so in meinen, äh, nicht Fahrstil, aber, ähm, ich mein Repertoire von den Trakturen ne, da brauchen wir schon ein bisschen mehr her so, wir gehen jetzt ein paar bisschen scheiße, ich wollt ja hier na gut, wir können trotzdem hier hochfahren und gucken ich erklär ihm das Ganze nochmal wenn er die Version kriegt ich glaub, das wird dann wahrscheinlich eher die Version, äh, 1.1 oder halt ja, vielleicht halt die Version 2 vielleicht werden weil in der Version 2 muss man halt neu anfangen, das ist ja klar, ne und wenn ich schon hier Bodentexturen ändern Tui und Bäume verschieben und so, das sollte man schon neu anfangen, sonst gibt's ein paar Probleme hab ich auch schon gehabt ab die Bäume verändert dann einfach mal neu hin gemacht, da weggenommen da waren sie nicht da weg, sondern woanders das sah ein bisschen scheiße aus und deshalb müsste man vielleicht dann neu anfangen, wenn man es möchte alles andere bleibt gleich hier ich hoffe bei euch ruckelt's nicht das wäre nämlich gar nicht schön oh, da kommt ein Versuch na komm, hopp Gas blinken ne, wenn wir schon Zeit haben ne, ich hab hier hier ein ein Fan-Tuse 724 Gerr von Agomogin Mogin ja, Agomobing ähm ne, ne die haben ja fast gezwungenermaßen den Event rausgebracht ähm ja, ist natürlich der beste Mode, wo ich jetzt eigentlich sagen muss hey, der ist gut ja, keine Fehler, nix funktioniert und wenn ich andere an guck so und ja da hängst irgendwas an und plopp das Spiel abgekackt auch doof als erstes werden wir hier mal reinfahren das ist der große Parkplatz da kannst du die Leute überfahren das macht hier nix das ist Alice da darf man die Leute überfahren das ist gar kein Problem ich hab das jetzt hier ein bisschen ich weiß nicht ob ich mal ein Foto gepostet hab äh hier die Warners vorhin schon da ähm hier eine gelbe Markierung man kann glaube ich die ganze Länge machen hier ähm kann man hier ähm mhm was waren das Weizen Weizen und äh Gerste und äh Brot na man kann Brotpaletten hier hinstellen da sollte es eigentlich hier auffüllen also das mit dem Schwein das ist hier drin ne weil hier die Schlachterei ist hier kann man Kartoffeln hinschmeißen ne weil die Leute ja gerne Kartoffeln essen das ist für die Leute ja er kommt immer noch nicht drauf äh wieso eigentlich das das äh wieso das ist eigentlich hier was hat er mit den Leuten hier was macht er mit den Leuten hier überfährt er die und da will er hier noch Fressen geben hier ne ja was will er tun immer mit den Leuten ganz einfach das gehen wir jetzt mal angucken weil ich hab ja mal ne Map gemacht im 13er und dann hab ich das auch eingebaut da haben viele gesagt hey da spiel ich auch oben und jetzt hab ich hier auch eingebaut weil muss ja irgendwie einen Grund geben dass man hier oben hinfährt und jetzt hier links da wo man die Schweine verkauft kann man jetzt weiterfahren und hier hinten sieht man schon da oben gibt's ja gut äh scheißegal äh hier kann man jetzt weiterfahren nach hinten äh und nach hinten sehen wir schon was das sein könnte äh oder sieht man das oder was das ist ja oder ne das ist kein großer Hof sondern eine Kläranlage jetzt können wir mal denken warum macht der Thunmann eine Kläranlage was muss man denn noch kaufen ne dass die funktioniert sag ich dir ganz einfach hier bei Tieren ja ich weiß Menschen und so sind keine Tiere aber na gut na Lebewesen müssen es heißen so jetzt kann man Wohnungen kaufen ich habe ja gedacht okay wenn ich jetzt hier Einwohner schreibe oder so na Menschenhandel ist ja verboten machen wir nicht also man kauft einfach Wohnungen nein denn Wohnungen leben Leute das gibt Kacke und so ne und dass die auch Kacke machen müssen wir denen auch Essen geben ne und das heißt nämlich äh hier richtig schön hier fett fressen geben hier im Dorf drin es gibt ziemlich viel Gülle ne man sieht es hier das war glaube ich 2-3 Tage hier wo ich glaube ein bisschen Speed gemacht habe äh das ist natürlich schon Gülle am Amas ne so hier die Liedtaste drücken R drücken ja wenn man CSG drücken ne den Güllebogen auswählen oder den Zubringer auswählen da kann man sich hier dumm und dämlich Gülle fassen ähm ja das Wasser sieht natürlich hier so ein bisschen kacke aus man müsste natürlich hier auch mal ein Becken machen äh das hier nicht alles kackbraun ist ne vielleicht mal eins das bisschen naja Wasser drin hat ne also eine Kläranlage nicht eine Kackanlage äh ja hab ich mir gedacht ähm ähm warum nicht ne warum nicht ähm wir haben noch irgendwo einen Träger hier äh sie kann dir den ziehen naja vielleicht gehen wir mal gucken jetzt müssen wir zuerst mal das Trader weg lernen und dann gehen wir ein bisschen Gulle fahren ähm ähm ja und ne das wollte ich eigentlich zeugeln weil ne ist natürlich geil wenn du ein Lohnunternehmen hast gehst du zum zum Ding hoch da ne und gehst die Gülle holen das coole wäre natürlich wenn man sich einen Vertrag holen muss ne logisch ne man muss sich einen Vertrag holen dass man da Gülle holen darf ne nicht jeder darf Gülle holen da muss natürlich äh da muss er natürlich schon die Geräte dazu holen das heißt natürlich äh Kühlewagen oder Zubringer hat normalerweise auch das Lohnunternehmen also heißt es ja warum nicht ne man könnte natürlich auch sagen okay wenn du das Lohnunternehmen gekauft hast kriegst du dann auch die Kläranlage ist ein bisschen doof wenn man die Klär äh wenn man das Lohnunternehmen nicht kaufen möchte also machen wir das so dass man die Kläranlage äh mh nicht kauft oder schon kaufen oder nicht kaufen das ist hier die Frage die ja was machen wir jetzt hier muss man die Kläranlage kaufen oder nicht das wäre eigentlich schnell eingebaut oder halt einen Vertrag ne kaufen muss er nicht was will ich mit der Kläranlage muss ich schon einen Typen bezahlen das er hier ne arbeitet ne also einen Vertrag machen das man sozusagen ein Kaufsymbol macht ne wo man dann warte ich mal was gucken ah ok der hat keine Kuhli das ist schon mal nicht schlecht aber man fährt ja schon gerne ein bisschen realistisch also wenn wir mit der Kläranlage äh wär schon nicht schlecht wenn man die ähm ja wenn wir einen Vertrag machen könnten so schade ist natürlich hier dass wir keine Gülle ähm Animation haben hier vielleicht müsste ich mal hier einen neuen Güllewagen runterladen ähm aber ich finde es ein bisschen komisch das Schein selber äh keinen tiefen tiefengrund können oder stimmt es nicht ne Boden tiefengrund zu irgendwie so weit ne ist ja modern machen ja immer mehr und Schein hört auf damit irgendwie komisch ne Schein will ja immer die neuesten Sachen haben naja fast immer ähm und dann hören sie einfach auf mit dem Zeug ne sie hatten sie ja mal drin oder nicht doch Kotter haben wir drin gehabt im 13er haben wir so einen richtig schönen Kotter der ist nämlich vom 13er und einer hat dann auch kommentiert und gesagt hey guck mal ich hab Boot gebaut und alle jahre du kannst modden und er lacht sich ins Fäustchen haha ihr Deppen ich hab's einfach konvertiert mehr nicht m also aber er ist ähm man kann fahren ne so wie früher hier er hat auch dreckig gemacht ne das ist schon mal nicht schlecht ne also er kann es doch ne er kann es ein bisschen na gut ein bisschen er kann ja ich weiß sage auch nicht wenn ich mal eine Zange mache oder irgendwie ein Anhänger oder so ich bin jetzt Modo ich bin erst Modo weil ich bin erst Modo wenn ich so gut bin wie Bärmodding oder würde ich mal sagen oder ähm hier Maugus oder hier unser lieber ja freaky ne der kann auch man der kann es oder zum Beispiel hier unser ähm na wie hieß er denn na wie hieß er denn na keine Ahnung wie hieß hab nachdem vergessen Scheiße äh na das Bums na so irgendwie na also wenn du so gut bist dann äh kannst du sagen ich bin Modo ich kann Moden ähm ansonsten naja soll man die Finger davon lassen oder auch sagen okay ich mache Wurz ich äh versuche zu heilige Scheiße meine Kuhle Wiener ist lehrer Mann Kuhle 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 war gern nicht leer ähm jetzt müssen wir doch noch den Scheiß Ding holen da oben Scheiße also bei mir bei mir ist gerade draußen dunkel und hier ist irgendwie das ist ein ganz komisches Gefühl hier wenn du hier zockst draußen ist es dunkel und dann denkst du schon auch schon wieder abend hier ist nicht abend es ist erst 11 Uhr und draußen ist dunkel wie Arsch ich glaub die Hölle bricht ein viel zu viel viel zu viel gespielt hier vielleicht ne war ja nur 12 Minuten hier bis jetzt aber irgendwie kannst du wieder pissen und ich muss nachher raus ins Unwetter Scheiße war's ne so aber irgendwie auch ein bisschen blass wenn man außen guckt ist es nicht so blass nur innen ich glaub das machen die Fenster aus das ist ein bisschen doof hier deshalb außen spielen ist die Grafik auch ein bisschen klar irgendwie ist innen alles so blass scheiß die Wand an aber naja ne was muss was kann man machen nichts ne nichts kann man machen na ich bin auch im überlegen was man noch einbauen könnte hier na ich habe ja jetzt hier die die Wohnung also Kläranlage eingebaut ne dass man hier ein bisschen kacke kriegt und und ähm naja was könnte man noch einbauen das ist die Frage zu über über überbauen muss man sie auch nicht ne zu viel einbauen ähm Sachen korrigieren ja hab ich schon da oben hat es zum Beispiel beim L.U. beim großen L.U. hat es einen Fehler gehabt bei Feld bla 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 29 habe ich irgendwie vergessen den Boden äh zu texturieren zu texturieren also jetzt Felder zu texturieren sozusagen ne das habe ich korrigiert was haben wir sonst noch hier sonst gibt es eigentlich nichts hier äh gut ab und zu mal ein Auto aber ich glaube das ist scheiße egal meine alle Autos müssen auch mal anders sein so hier mal erdrücken naja so funktioniert das mit dem Zubringer hinfahren erdrücken und dann flutscht es irgendwie habe ich das Gefühl die der Zubringer ach geh doch mal weg hier der Zubringer hat weniger Platz als der Güllewagen ist das jetzt okay ist das richtig oder oder also eigentlich von der Größe her ist das schon mit dieser ja doch ist das schon oder jetzt gehen wir hier mal gucken oder hat Chines hier ein bisschen beschissen der Chines 50 Prozent ach geht weg hier mit der Scheiß Zeug hier ja Chines hat beschissen Haus raus Scheiß raus wir haben bescheißt nicht ne es kann auch sein dass äh der hier ein bisschen weniger ja auch flügt ich glaube wir müssen er fühlen weil da kommt da tun nachher ne ähm wegen Zeit nehmen so ich wollte eigentlich ein Tutorial machen wegen irgendwie Moden und so ein Scheiß aber irgendwie habe ich über keinen Bock hier um Objekte zu bauen das muss man machen wenn man Lust hat oder ich habe momentan überhaupt keine Lust irgendwie na das Wetter ist auch scheiße ne das Wetter ist auch ne na das sieht man sich eigentlich wieder am Sommer zurück und dann ist der Sommer hier aber seit man sich im Winter aber ist auch scheiße alles scheiße hier was hat denn hier da unten also ich hab gedacht das ist ein Viecher am Boden haben wir erschossen so hier haben wir rüber gefurzt macht man ja normalerweise nicht man macht auch ein Vorgewende scheiße also man muss ja gar nicht runterlassen so aber ähm da wer noch irgendwie eine Idee hat ähm auch die Disliker könnte gerne mal posten die unten weil es gibt ja einen Disliker der ziemlich fleißig disliket und naja komm ich sag ja nur Kindergarten dazu aber mehr nicht ne ne weiter wenn es ein wenn es ein kein Video gefällt wenn er sagt ey du mein Scheiße da muss man einfach deabonnieren ganz einfach oder hier einfach sagen so ey ich mach gar nichts ich guck's an oder ich guck's gar nicht an ich ignoriert einfach aber dass man mit Dislikes macht Miii Kindergarten ok ich sag jetzt nix mehr also ich sag tschüssi 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 Yet